Ich werfe mir das Ganze halt mit Geld. Weil mir das so scheißegal ist, das Geld. So, plupp, 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 tot, plupp. Warum? Was war jetzt los? Ich habe die doch alle viermal getroffen. Alle zweimal getroffen. Genau. Plupp, plupp, plupp. Nein. Plupp, genau. Genau, so geht es doch. Jetzt kommt. Mister. Wie auch immer er heißt. Ah, er wollte mich gleich umrennen. Hat er das auch geschafft? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Treffer gekriegt habe. Tja, jedenfalls habe ich schon... Ja, ich glaube schon, dass er es geschafft hat. Nein, ich wollte werfen. Ich habe kein Geld mehr? Wie schnell ist mein Geld weg? Das ist jetzt Arsch. Ja klar, jetzt soll ich Mr. Robo mit einer Pfeife besiegen? Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich glaube es ja nicht. Was ist jetzt los? Wer ist das? Ah, ah, ah. Due to eat some more. Instantly. In meinem Miracle-Vip-Transport-Machine. Jupp. Ich genau, ich werde gebeamt. Die Japaner haben es mal wieder davon. Was ist da? Eine Kanone? Ach so. Ja. Es sieht mir aus wie eine Paprika, aber egal. Komm, nimm dann genauer sein Feuerzeug in einem Holzstock. Wie sicher ist das denn? Prodoms. The old man's Miracle-Vip-Transport-Machine was not so miraculous. It went high wire with Kid-Ying and jagged a young and in it what's. No, no one knows where they are. Wer tolle, tolle, tolle Opa hier. Warlock Zone. Äh, 6. Tango Mountain. Ich will gleich weiter, weil ich hab noch massig Zeit und Bock, das weiterzuspielen. Yes. Das sieht genauso aus wie der Anfang. Echt jetzt, oder was? Das sieht 100 identisch mäßig aus wie der Anfang. Welcome, I have everything you need. Das weiß ich. Du lappest jeden Scheiß gleich und ich hab kein Geld. Ja. Das sieht so identisch aus wie der Anfang. Außer, dass hier hosenlose Piraten rumlaufen. Ich lass mich einfach mal sterben. Das sieht alles identisch aus wie der Anfang. Wirf nicht mit Milchbüchsen nach mir. Ja, Diebe. Oh, ich mag ich nicht. Nimm mein Geld. Ja, das ist sinnhaft. Ich wirf mit Geld nach Dieben. Ja, toll. Sumo Reis. Samurais. Ich hab kein Geld mehr. So, hier ist nichts. Ja, toll. Geben wir einfach mal hier rein. Hello, why don't you give me bla bla bla. Dann sagt ihm irgendwie, Ich will jetzt einfach weiter, ich will kämpfen und Bums machen. Und ähnliches. Bums. Store, da gehen wir nicht ran, weil ich kein Geld hab. Ich hab nie Geld. Meine 30 Dollar. Trotzdem gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Fett sagt, do you want to play any... Egal. Mann, ich will mich erstmal davon überzeugen, dass ich hier nicht der Anfang ist. Weil das irgendwie so aussieht und auch Fischtypen hier rumlaufen. Die einen Fisch fallen lassen, was ich schon vergessen hab. Ja, geh einfach mal hier irgendwo lang. Was ist das? There is a checkpoint. The mountain road. If you don't have to pass, you can't leave the city. Oh, geil. Wald. Ach ja. Das hat er gerade gesagt. Go home. You bastard. Oh, Geld. Ach ja, die Geldtypen hier, die werfen hier Typen. Ne, die gibt's hier auch. Ne, alter. Ich will einen Pass haben. You can buy a pass at the store. But they are expensive. Ja, super. Geldfarm oder was? Gucken wir erstmal, wie teuer diese Scheißteile sind. Dann werfe ich jetzt erstmal auch nicht mit Geld um mich. Mit Geld um mich. Oder was habe ich gesagt? Egal. Das ist dieser Pass oder welcome. If everything you need. Ah, we'll say yes. Pass. 980. Wollte mich flaxen. Bäh. 980. Wie ist denn, kriege ich denn Geld? 10. 10. Und ohne zu sterben am besten noch, ne? Ja, dann gehe ich erstmal Game Over. Jetzt habe ich kein Geld. Aber jetzt kann ich Geld sammeln. Ja, bis nach dem Farm. Das ist bestimmt sehr langweilig. Schnitt. Ja, 980 waren es. Oder waren es mehr? Oder weniger? Oh, ich glaube, das passt so. Ähm, 89. Hier, ich habe einen Pass. Bäh. Ich brauche nur einen. Ich brauche nur einen Pass. Du spasst. Ja. Falls ich den ganzen Scheiß nachher nochmal machen muss, mache ich lieber jetzt ein Save State. Darauf. Also, ich habe echt keinen Bock nochmal so viel Gelb zu farmen hier. Hat doch schon eine ganze Weile gedauert. Ich mache Musik mal ein bisschen lauter irgendwie. Ist wohl besser. Naja, äh, Fischköpfe töten. Was die auch immer mit den Fischen anstellen wollten. Vor allem, die leben ja noch. War hier das Dungeon? Nein, noch nicht. Freilich. Go, go. Hier war das Dungeon. Ja. Ich habe einen Pass. Lass mich durch. Jetzt kontrolliert er mich gar nicht. Na toll. Jetzt habe ich mir den Pass geholt und jetzt kontrolliert er mich nicht. Was soll das denn? Oh Gott. Affen, nein. Mit einem Gesicht. Tot. Tot. Scheiß Affen. Was wollen Affen hier? Solange die nicht Donkey Kong heißen, hasse ich. Scheiß Affen, weil die immer komische, schnelle Sachen machen meistens. Und springen. Gehen wir doch noch hier unten. Hier war nur ein ganz bisschen Geld. Oh cool. Toll. Super. Spring doch, Affe. Ja, stirb. Wie viel kommen denn da? Ja. Mann. So. Noch mehr Affen. Was? Das ist ja geil. Ein Vogel mit einem Schwert. Wie geil ist das denn? Entschuldigung, aber das ist mal richtig geil. Alter. Gibt es hier nicht sowas wie eine Sprite Limitation oder sowas? Oh. Auch wenn ich euch geil finde. Äh. Ja. Ja. Trotzdem töte ich euch. Mit meinem Geld. Und hier ist ein Hai. Was ist das? Irgendwas mit einer langen Nase. Pinocchio als Statue. In modern. Als Monster. Und ich bin tot. Juhu. Ja, spring doch, Affe. Ja, warum springe ich denn gegen den Affen? So, gib mir Kitties. Kittie, 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 Kittie. Gibt mir Kirties. Ohne R. Warum werfe ich mir mein Geld schon wieder so um mich? Kittie. Ja, Risiko ist schlecht bei dem Spiel. Äh. 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 Hello, Kitty. Äh. Na hoch. Oder ich geh jetzt mal hier lang einfach. Dieser Weg scheint mir simpler zu sein. Ja. Keine Affen. Da war was. Aber nicht da. Juhu. Das sah aus wie eine Brücke von der anderen Seite. Mein Gott. Wach. Stirb. 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 Und stirb. Allesamt stirbt. Na. Göttlich. Gibt mir Kitties. Ich mag Kitties. Dsch. Dann.